Sansaria, Träume der Finsternis. Stell dir vor, du liegst abends in deinem Bett und du fällst. Und du fällst und fällst und landest mitten in einer riesigen Abfertigungshalle. In einer Halle, wo scheinbar Menschen ankommen und abfahren, wo auch immer hin. Das, genau das, passiert nämlich dem, so, Leonard, Leonard Federspiel. Leonard passiert es, dass er mitten in dieser Ankunftshalle steht und denkt, was sind das eigentlich für Wesen? Es sind keine Menschen um ihn herum, es sind merkwürdig aussehende Wesen und er fühlt sich total beobachtet und versucht erstmal an den Rand dieser Abfertigungshalle zu robben und dann trifft er doch noch auf einen Menschen, auf ein kleines Mädchen. Und dieses Mädchen will ihm helfen. Sie will ihm zeigen, wo der Ausgang ist. Und dann wacht Leonard auf. Er ist wieder im Hier und Jetzt. Er ist in seinem Haus, er liegt in seinem Bett. Was genau da passiert ist, er hat keine Ahnung. Er hofft nur, dass es ein Albtraum gewesen ist, auch wenn es sich total real angefühlt hat. Es bleibt natürlich nicht dabei. Denn Sansaria ist das Land, in dem unsere Träume gebaut und gebraut werden. Und leider gibt es seit mehreren Wochen nur noch Albträume, die dort hergestellt werden. Und in Leonard, nur er hat die Möglichkeit, in Sansaria wieder alles so in Gang zu bringen, dass die Menschheit nicht mehr nur von Albträumen geplagt wird, sondern dass auch endlich wieder schöne, hoffnungsvolle und zauberhafte Träume stattfinden. Manchmal sind es auch einfach nur Tagträume, die auch ganz wichtig sind. Nichts davon passiert mehr. Und Leonard muss jetzt eine Ausbildung beginnen, mit der er niemals gerechnet hätte. Und vor allem hat er niemals damit gerechnet, was sein Ton für ein Nachsicht ziehen wird. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Lesen.